Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Battlefield 3 Co-Op mit dem BMW Gamer, den man jetzt leider nicht hören kann, weil wir jetzt nicht über Skype aufnehmen, aber egal, ich nehme jetzt einfach nur meine Stimme auf. Wähle mal Operation Exodus auf normal aus. Ja, ich mache. Also wir beide spielen jetzt Co-Op alle Missionen durch, zeigen die euch, was da so abgeht. Falls ihr kein Battlefield habt, könnt ihr euch mal den Co-Op Modus von uns beiden reinziehen. Ähm, der BMW Gamer hört mich über das Headset. Also, kann sein, dass ich manchmal ab und zu mit ihm rede. Halt's Maul jetzt. Ja, ich weiß doch. So, ey, hast du auch eine Javelin dabei? Okay, ähm, ich nehme jetzt mir ein paar Minen und da das MG brauche ich nicht. Ich nehme hier. Ja, klar, ich muss doch erstmal Minen legen, Kollege. Ja, ich behalte die doch. Leg nur die Minen da, wo der Panzer dann später um die Ecke kommt. Und dann können wir, dann kannst du erstmal chillen, Junge. Und... Ja, machen wir noch. Mach dir keinen Kopf. Ähm, liebe Zuschauer, ich lege jetzt die Minen rein, weil hier gleich der Panzer um die Ecke kommt. So haben wir schon mal eine Sorge weniger. Wow, what the fuck, das war gerade ziemlich knapp. Ähm, jetzt habe ich die Sniper, ähm, die M39 EMR. Und ich gehe jetzt auf die Brücke, lade erstmal nach, alles. Ja, ja, bla, bla. Ähm, dort findet ihr dann die ersten Gegner. Der BMW Gamer hat sich schon um die paar Gegner gekümmert. Ich hau da jetzt einfach mal mit dem MG drauf. Ich denke mal, normal ist so ein guter Schwierigkeitsgrad für uns. Alter, der kriegt schon auf den Sack. Äh, ich hab grad... Nein. Wir verkacken schon, ich mach dir keinen Kopf. Ey, wir haben letztens Operation Exodus auch schwer probiert. Ähm, da wir BM... Ich und BMW Gamer gerne die Platin Trophäe haben wollen. Und da braucht man halt alle, ähm, Coop... Äh... Ja, deine Mutter, der Esel nennt es zuerst, ich weiß. Und da wollten wir beide die Platin Trophäe haben. Und dazu brauchen ich und BMW Gamer... Ähm, die Mission auf schwer. Bam, Double Kill! Dein Opa gibt dir jetzt Deckung. Du musst nicht schreiben, du musst hier spielen, Junge. Naja, warte, ich baller einfach da drauf. Alter, ich krieg grad auf den Sack, Junge. Aber lass mir dann nachher die Snipe hier, okay? Du kannst ja dann da einen nehmen, du. Alter, helf mir mal, helf mir mal. Schreib jetzt nicht, helf mir mal. Fuck. Auf der Brücke. Ich bin doch gestorben, Junge, du hast mich nicht gerade geanimiert, du Spast. Panzer kommt, äh, ich mach den schnell Blatt. Haben wir doch schon. Okay. Egal, ich hab den Panzer Blatt gemacht. Ähm, Jefflin brauchen wir jetzt nicht mehr. Nein, ja, egal, da gibt's ja dann eine. Alter, ich treff nix mit dem Snipe, Alter. Bam! Dein Opa kann nix, Junge. Alter, da schießt einer auf mich, ich seh den aber nicht. Alter. Alter, Junge. Okay. 我 Anthem. Okay. 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 Hast du gerade auf den Sack gekriegt oder was sagst du? Doppelkeel! Alter, der ist gerade neben mir ein Auto explodiert, Junge. Markier mir die mal, markier die mal, fuck! Doch, hol mich da, da ist keiner. Da ist in Deckung, da bin ich in Deckung, leg dich hin, da kann keiner uns holen. Ja und jetzt, ja dann warte chill doch, danach rennen wir unter der Brücke durch zur Westseite, wir kommen jetzt. Alter, meine MG ist leer, Junge. Mach dir gar keinen Kopf, ich bin nicht klar. Alter, die Head-Clitcher da oben, Mann! Mann! Jo, ist klar, der schiesst durch. Komm her, Kollege. Danke. Alter, ich krieg den da oben nicht weg, Mann! Ja. Alter! Da. Ne. Dein Opa. Mach dir doch mal platt, Junge, was machst du denn da? Guck, wie viel da sind, ich kann kaum schießen, dann schießen die mich schon wieder ab, Junge. Alter. Schalt da mit dem MG voll drauf, Junge, ich hab grad drei Blatt gemacht. Machst du nix dran. Ah, ah. Schafft Leute zur Randstellung aus. Reorganisiert euch und legt Munition mit. Wir gehen jetzt beide oben drauf oder rechts oben da hoch oder? Ich schniper da ein bisschen. Naja, alles klar. Epizentrum aber auch egal. Epizentrum, nicht Epizenter, du Spaß. Du hast Epizenter gesagt. Dein Opa steht da. Bam, Snipper, Junge. Snipper, Action. Alter, ich muss da runter gehen. Alter, der hält drei Schüsse aus, Junge. Bam. Ah, freu dich. Die Armbrusette. Den muss nicht unbedingt sein hier eigentlich. Ey, hol dann dir mal die Javelin, wenn du Zeit hast. Bist du dumm mit der Javelin oder was? Alter. Alter, wie ich gerade auch den Sack kriege, Junge. Oh, da werde ich angeschossen. Aber entschuldige mal die Javelin jetzt, weil du zu dumm bist für die Javelin. Alter, der sterbe ich auf der Leiter oder was, sagst du? Nein, ich nehme die jetzt. Gib doch her. Wie dumm. Da hättest du auch nicht runter gehen müssen, du Spastiker, Alter. Ja, ich sterbe gleich wieder auf der Leiter oder was? Ja, ich sterbe gleich wieder auf der Leiter oder was? Ich sehe keinen da oben. Ich sehe keinen. Ja, der ist direkt vor der Laterne. Den kriege ich nicht. Ja, auf, Junge. Zeigt es, Mann. Hab ihn. Den Panzerfaustkollegen hab ich. Alles klar, Panzer ist weg. So, das ist auch gleich jetzt hier zu Ende. Wir müssen jetzt nur noch zum Heli flitzen. Und dann ist auch schon das Operation Exodus fertig. Wir werden im Anschluss jetzt gleich noch die Kollegen der anderen Mission aufnehmen, ja. Wir warten jetzt auf den Heli, bis er landet, bis er landet, dann ist es fertig. Ey, das waren jetzt genau 15 Minuten, ja. Das ist eigentlich richtig gut. Aufstehen, ja. Aufsteig rein in den Cover. So, da haben wir die Mission jetzt geschafft. Wir gucken uns das eben noch an, wie wir wegfliegen hier. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Teil von dem Koop-Modus, bis dann, haut rein, Leute. Wir sehen uns ja.